Die Djana-Zustände, welche die Pforte zur Erleuchtung öffnen, werden in zwei große Gruppen unterteilt. Die Konzentration der Versenkung und die Konzentration der Einsicht. Wenn wir in diese Versenkungszustände eintauchen, fühlen wir uns wie ein Tiefseetaucher, der die aufgewühlte Oberfläche des Ozeans hinter sich lässt, um sich in die Welt vollkommener Stille sinken zu lassen. Versenkungszustände sind klar erkennbare Formen der inneren Erfahrung, von denen jede noch stiller und noch subtiler ausfällt als die vorhergehende. Auf den Versenkungsstufen erfahren Sie unerschütterliche Beständigkeit, Reinheit, Lichthaftigkeit und Glück. Die Konzentration der Versenkung ist vom Objekt gefärbt, das Sie benutzen, um sie zu erlangen. Wenn wir über Liebe meditieren, werden wir mit der Liebe verschmelzen. Wenn wir ein Visualisierungsobjekt benutzen, werden wir zu diesem. Es gibt viele Wege, die Konzentration der Versenkung zu erlangen. Konzentration auf den Atem, den Körper, die Elemente Erde bzw. Feuer, Andachtsgegenstände und sakrale Bilder. Wir lernen dabei, uns so sehr auf das Objekt zu konzentrieren, dass alle Ablenkungen wegfallen. Wenn unsere Konzentration stark genug ist, schlüpfen wir aus der Welt der gewöhnlichen Sinneswahrnehmung heraus in das tiefe, stille Reich des ersten Djana. Das Bewusstsein füllt sich mit Stille, Entzücken, Glück und dem beständigen Gewahrsein des ausgewählten Objekts. Zu Beginn können wir in diesem Zustand nur einige wenige Minuten verweilen. Wenn wir weiter üben, können wir den Zustand der Freude stundenlang erfahren. Wenn wir weiterhin unsere Konzentration stärken, vertieft sich die erste Stufe von Djana zur nächsten. Dabei fällt das Mühevolle der Konzentration weg, sodass sie sich leicht und spontan einstellt. Bei weiterer Vertiefung fällt auf der dritten Stufe die eher grobe Erregung des Entzückens weg und macht einem stetigen Strom von unerschütterlichem Glück Platz. Auf der vierten Djana-Stufe wandelt dieses sich in die köstliche, unerschütterliche Stille des Gleichmuts. Danach folgen weitere vier Versenkungszustände. Die Versenkung im unendlichen Raum, die Versenkung im unendlichen Bewusstsein, die Versenkung in der Stille des Nichts und im Raum jenseits von Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung. Daraus gibt noch eine andere Gruppe von Djana, nämlich die Konzentration der Einsicht. Diese Zustände stellen sich ein, wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf ein einziges Objekt richten, sondern mit der sich ständig verändernden Welt der Erfahrungen in Körper und Geist verschmelzen. Wenn wir uns mit voller Konzentration auf Körper und Geist einlassen, dann ist das so, als würden wir allmählich eine immer stärkere Vergrößerung in unserem Mikroskop einstellen. Auf den 16 Stufen der Einsichts-Djana wird die Festigkeit unserer Erfahrung gründlich unterminiert. Auf der ersten Stufe wird der Geist zum stillen Zeugen des Erfahrungsstromes im Geist und Körper. Diese erweist sich als weitgehend automatisches Entstehen und Vergehen einzelner Momente. Auf der zweiten Stufe erkennen wir, dass diese Erfahrungen bedingt sind, also eine aus der anderen hervorgeht. Auf der dritten Stufe nimmt die Körperempfindung eine transparente Qualität an, die Ichlosigkeit der Erfahrung tritt klarer hervor. Auf den nächsten Stufen erfahren wir Lichthaftigkeit, Seligkeit, Angst, gefolgt von großer Freude, wenn wir uns in der mystischen Verbundenheit allen Lebens auflösen. Innerlich fühlt es sich so an, als wandere unsere Aufmerksamkeit von den Organen zu den Zellen, Molekülen, Atomen beziehungsweise subatomaren Teilchen und Wellen. Auf jeder Stufe der Einsicht wachsen Gleichmut und innere Freiheit. In der buddhistischen Psychologie gelten die Versenkungsstufen, als einer von vielen Wegen, um innere Einsicht zu erlangen. Nicht jeder Mensch kann sich auf diese Weise konzentrieren. Es gibt Schüler, die nie Zugang zu solch tiefen Formen der Konzentration hatten. Andere müssen sich erst durch ihre Traumata kämpfen, bevor sie wahre Konzentration entwickeln können. Für all jene aber, die dazu in der Lage sind, eröffnet Jana den Weg zu neuen Dimensionen, wie strahlendes Entzücken und Fähigkeiten wie der, tagelang bewegungslos in der Versenkung zu verharren. Die Stufen der Versenkung Der Bikshu löst sich ab von dem Verlangen nach Sinnesgenüssen und von unheilsamen Regungen und erreicht die mit Nachdenken und Überlegen verbundene, aus der Ablösung entstandene, von Freude und Wohlbehagen erfüllte erste Stufe der Versenkung und bleibt darin. Wenn dann die freudige Erregung abgeklungen ist, bleibt er gleichmütig, andächtig und wissensklar und empfindet körperlich ein Wohlbehagen, von dem die Edlen sagen, bei Gleichmut und Andacht fühlt man sich beglückt. So erreicht er die dritte Stufe der Versenkung und bleibt darin. Dann geht er über Wohlbehagen und Missbehagen hinweg, auch die Erinnerung an frühere, frohe und trübe Stimmungen schwindet dahin und er erreicht die über Wohlbehagen und Missbehagen erhabene vierte Stufe der Versenkung, bei der Gleichmut und Andacht in höchster Reinheit bestehen und bleibt darin. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!